Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 34.000 oder über 34.000 US-Dollar. Wir scheinen weiter pumpen zu wollen. Auch wenn es gestern einen minimalen Abverkauf gab, hat aber natürlich auch ein bisschen mit den News zu tun. Werden wir gleich ein bisschen darauf eingehen. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie weg, manchmal sind sie wieder da, dann sind sie wieder weg. Ganz, ganz stranger Tag gestern Abend oder zumindest abends, was die News anbelangt. Aber Bitcoin hält sich weiterhin stabil. Ob sich das möglicherweise jetzt sofort setzt, wir die 40.000 US-Dollar-Marke näher bekommen oder ob das jetzt schon wieder war. All das werden wir uns auf jeden Fall anschauen und möglicherweise, ob wir noch unseren Long-Einstieg kriegen. Bleibt auf jeden Fall dran. Bevor wir wieder starten, lasst das Video gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin, wenn ihr euch bei BingX registriert, habt ihr die Möglichkeit, euch ein Merch-Paket zu sichern. Also meldet euch unten an, Link ist unten drin und ja, dort trage ich auch im Endeffekt Forex, Stocks etc. pp. So, dann, ja, Bitcoin bei 34.120 US-Dollar. Wir sehen hier schon, es bildet sich so eine Art, einerseits Symmetrical Triangle, manchen nennt es Bullflek. Für mich ist es eher ein Symmetrical Triangle, weil es sich hier langsam immer mehr zusammenzieht. Man sieht es hier ganz gut, also sehr, sehr akkurat vor allem, wie sich das hier momentan gebildet hat. Und wir sind jetzt ziemlich am Ende, was den 1-Stunden-Chart anbelangt. Das heißt, wir sollten jetzt in den nächsten 1-2 Stunden hier impulsiv nach oben hin oder nach unten hin ausbrechen. Wenn wir nur so leicht nach unten hin ausbrechen und sowas, ist das für mich schon wieder ein bisschen invalider. Dann können wir das ganze Ding schon wieder knicken. Was hat gestern zu diesem Abverkauf geführt bis auf 33.200 US-Dollar? Ganz einfach, wir hatten gestern hier dieses, ja, iShares, das Bitcoin-BTF-Relisted-Ding hin und her. Erstens war es weg, dann war die ganze Seite hier mal ganz kurz down von denen, von der DTCC. Waren anscheinend zu viel auf der Seite und mittlerweile ist es wieder klar, okay, es ist wieder auf der Seite. Also ein Hin und Her gestern erst so, oh, wieder Fake News, dann war es doch wieder real und keine Ahnung. Also es ist sehr, sehr strange, was da gestern abgegangen ist, ob hier einfach nur manipuliert wird. Keine Ahnung, für mich macht es einfach komplett den Eindruck, weil für einen Bitcoin-Spot-ETF müssen natürlich richtige Bitcoin gekauft werden. Im Vorhinein, nicht wenn das Ding gelistet ist, es muss ja Nachweis geben. Für mich kommt es eher langsam so rüber, okay, jeder weiß jetzt, dass das Ding kommt. BlackRock, die Großen haben Angst, ah, wir könnten den Preis zu hoch gepusht haben möglicherweise, was die natürlich nicht wollten. Und das sind alles so Dinger, die mir momentan so ein bisschen im Kopf rumspüren. Auf jeden Fall sollten wir nach unten hin ausbrechen. Wir können uns mal ganz kurz, ihr wisst, ich bin kein Fan von diesen Chart-Pattern, aber hier verläuft es ziemlich akkurat, weil unser Breakout-Punkt bzw. unser Preisziel würde dann genau auch bei unserer Long-Position liegen. Das heißt, bei 31.8, 31.6, da wo im Endeffekt hier diese kleine Ineffizienz ist, die würde ich mir gerne holen und dann von hier aus einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Wir müssen aber unbedingt, sage ich mal, die 30.000 US-Dollar-Marke halten, weil wenn wir jetzt hier drunter fallen, also das heißt, diese ganze Bewegung, die wir jetzt hier im Endeffekt jetzt gestartet haben und dann wieder auf neutral sitzen, meiner Meinung nach wäre das nicht gut. Es würde komplett ausreichen, wenn wir uns im Endeffekt das Golden Pocket holen bei den 31.8. Wir ziehen hier nochmal so diesen Ding oder das 0786er so zwischen, ich sage jetzt mal 32.5 und 31.4 wäre eigentlich so dieser perfekte Re-Break, wenn wir da runterfallen würden. Wir würden hier den Support bilden und dann wirklich den Anlauf starten in Richtung 37.3 bis ungefähr 40.000 US-Dollar. Das ist wirklich möglich aufgrund dieser bullischen News, die wir haben derzeit. Wir haben hier noch einiges zu füllen. Die Daily Demand-Zone, die Daily Supply-Zone wartet hier oben bei 37.3, 37.4 rum. Also das sind die Zielbereiche, die wir testen sollten. So, jetzt kommt aber das große Aber, warum ich jetzt auf ein Daily. Ihr wisst, ich bin kein Daily-Fan in den kurzen Updates, aber es ist extrem wichtig. Wichtig und zwar, wir machen das FIP-Level mal ganz kurz weg. Ich habe es gestern schon in die Gruppe gepostet. Es bildet sich, wenn wir uns jetzt mal hier wieder in Richtung Chart-Pattern begeben, ein Rising Wedge. Das heißt, der Trendkanal zieht sich immer weiter zusammen. Wir sehen hier nicht einen bullischen Abtrendkanal, sondern einen zusammenziehenden Abtrendkanal. Es könnte einerseits dafür sprechen, okay, wir haben jetzt das Ende hier unseres Pumps erreicht bei ungefähr 34.000, 35.000 US-Dollar, testen nochmal den unteren Teil des Kanals bei 27.800 US-Dollar oder sogar 27.200, da unten ist übrigens noch so ein kleines Gap, ist eine Möglichkeit, um dann nach oben bullisch auszubrechen. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, nachdem wir jetzt die 31.800 nach oben hindurchbrochen haben, die sogar die 35.000 Marke getroffen haben, dass wir hier nochmal runtergehen. Der Weekly Close wird es entscheiden, das habe ich gestern schon gesagt. Wenn der Weekly Close über 31.800 oder 32.400 wäre noch besser, ist es absolut bullisch. Sollten wir da drunter fallen, dann ist das oder müssen wir dieses Chart-Pattern auf jeden Fall mal im Blick behalten. Und dann wäre grundsätzlich, sollten wir bearish ausbrechen, das Preisziel bei ungefähr 15.000 US-Dollar. Also noch ist, sage ich mal, nicht Bullrun-Stimmung angesagt. Weiterhin auf der Hut sein. Und ich habe es gestern auch in der Telegram-Gruppe mal dazu geschrieben. Oder war das gestern? Ich glaube, gestern war es, oder? Genau, hier. Lasst euch bitte nicht von FOMO leiten, egal wie sehr Bullrun-Gefühle aufkommen. Natürlich wird das Wort auch für Klicks genutzt, sehe ich mich natürlich auch so, aber technisch müssen wir die Woche abwarten. Jeder sollte in den letzten ein, zwei Jahren durch die Altcoin-Videos etc. in einer guten Position sein, jetzt sich alles von der Seitenlinie anschauen zu können. Also erstmal ein bisschen entspannt zuschauen, beobachte den Markt und nehm zur Not Profit. Aber jetzt FOMO zu erzeugen, ist derzeit absolut fehl am Platz. War mir gestern früh einfach nochmal wichtig, das zu schreiben. Es ist auch einfach so, wir haben über die letzten zwei Jahre sehr, sehr gut akkumuliert. Und jetzt irgendwie zu sagen, boah, ich muss jetzt doch schnell ein BTC kaufen, zwei BTC kaufen, macht in dieser Phase keinen Sinn. Wartet jetzt erstmal ab. Korrektur kommen immer oder kommen immer wieder. Und auch in diesem Fall wird früher oder später eine Korrektur kommen. Die Frage ist nur, wohin? Weekly Close-Up warten und dann sehen wir einfach weiter, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ja, ansonsten mehr gibt es derzeit nicht zu sagen. Das ist erstmal so, entweder grob bullish oder bearish 50-50 Gelegenheit derzeit. Mit Tendenz sogar eher ein bisschen, dass wir hier unten die Liquidität aufsammeln. Und dann im Endeffekt nach oben hin durchbrettern. Das ist da unten meine Long-Position. Hier jetzt irgendwie eine Long-Position. Ich lasse die Finger von, ihr könnt gerne machen. Wie gesagt, das 50-50 meiner Meinung nach. Grundsätzlich ist das Ding, wenn wir von einem Abtrend kommen, bricht das Ding auch meistens nach oben hin aus. Aber mir ist es ehrlich gesagt jetzt zu riskant. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier im Endeffekt das gleiche Spiel. Wir haben Doppeltop gebildet mit einer Bearish Divergence-Kurs erstmal nach unten gegangen. Alles nicht so verkehrt. Wir haben hier Luft bis ungefähr 1715. 1 zu 1 die Analyse gestern. Brauchen wir derzeit nicht weiter drüber reden. Ansonsten, was habe ich gestern noch gepostet in der Telegram-Gruppe? Wer den Marktausblick geguckt hat, perfekt gelaufen. Also wir haben die XY, der perfekt die Zone hier unten angelaufen hat bei 105. Daraufhin direkt Gegenkorrektur gesehen. Dann genau das Paradebeispiel Euro gegenüber US-Dollar. Genau das Gegenteil. Zone gehittet auf den Cent genau oder sogar ein bisschen noch tiefer rein. Dann eben der Abverkauf. Und was hat man noch? S&P 500. Gleiches Spiel. Zone gehittet. Und dann ging es nach oben erst einmal bis auf 4.250. Und Gold auch mit seinem ersten Take-Profit. Und wenn wir uns das jetzt mal ganz kurz auf den Charts angucken nochmal. Fangen wir mal kurz an mit Gold. Ich mag das irgendwie immer mal ab und zu so kleine Updates zu geben. Gold, nachdem wir hier diese Zone gehittet haben, nachdem ich euch das mitgeteilt habe, wird das so eine kleine Erholung. Befinden uns hier aber immer noch in einem Downtrend. Also da wir versuchen, tiefere Hochs zu bilden. Läuft gut für unsere Short. Die Long, wie gesagt, warten wir noch mit der Verdopplung. S&P 500, wie gesagt, wenig verändert, seitdem ich gestern diesen Post gemacht habe. Auch hier hoffe ich noch auf weiteres Upside. Ersten Take-Profit auf jeden Fall gesichert. Die XY deutlich über unserer Zone geschlossen. Also die können wir wegmachen. Wer da beim US-Dollar Long ist, auf jeden Fall erster oder zweiter Take-Profit nehmen. Und wie gesagt, Euro gegenüber US-Dollar, absolut short. Nehmt auf jeden Fall ersten oder zweiten Take-Profit hier. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Heute Abend um 19 Uhr machen wir auf jeden Fall wieder Livestream. Ey, es ist schon wieder Mittwoch, ich habe Bock auf Livestream. Heute Abend 19 Uhr Livestream. Freue ich mich drauf auf jeden Fall, wenn wieder viele von euch dabei sind. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen entspannten, erfolgreichen Tag. Bitcoin, wie gesagt, alles entspannt. Verfallt nicht in FOMO, bleibt ruhig. Und ja, dann hören wir uns heute Abend zum Livestream wieder. Freue mich auf jeden Fall drauf. 19 Uhr, YouTube, Like dann lassen, Abo dann lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quiet.